Da kommt der Gesamtüberblick und wir schauen nochmal genau hin, speziell auf die Gruppe D. Deutschland mit Australien, Serbien und Ghana. Bemerkenswert besonders die Gruppe G mit Brasilien, Elfenbeinküste, Nordkorea und Porto. Das ist ein Rugby-Spieler, da gibt es kein Verlieren, bevor das Spiel nicht zu Ende ist. Am 13. Juni, also das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Australien in Durban. Fünf Tage später, in Porto Elisabeth, also wieder am...